So, hallo und damit sind wir schon bei GTA Folge 8 angelangt. Oh, ich sitze natürlich schon im Auto und werde gleich wieder gucken, wo man etwas mehr Geld kriegt. Heute bin ich auch gleichzeitig dabei ein Headset zu testen und ich denke das wird schon gut werden. Na, nicht im Weg hier. Ah, das war auch noch, ok. Ok. Ja, immer auf und drauf. So, war das das hier? Genau, hier gibt es mehr Geld. Mehr Geld und Erfahrung sogar. Super, und wieder alleine fahren. Ne, wollte ich nicht. Da rein. Zu. Und los geht's. Ok, fahren wir Motorrad. Gibt es hier eine Runde Einstellung? Ne, sieht auch nicht so aus. Ok. Ach, ich nehme dieses mal. So, kann meinetwegen. Gut, direkt los gehen. So, ich hoffe nicht wieder so eine komische Strecke. Zumindest mit so einem komischen Abschnitt. Das geht ok. Ok. Ok, da heißt das wieder fliegen. Oh, oh oh, das ist nicht so geil. Oh, schau dann! Leider doch explodiert. Na gut. Wird ja zwischenfliegen sagen. Och nicht doch. Schon wieder am Wasser gelandet. Das war gerade Pilotenwarten gratis. Inzwischen fliegen da. Wie gemeint ist das? Hm. Okay. Okay. Okay, vom Flugzeug wieder zum Motorrad. Okay. So. Okay. Okay. Schon mal eine Runde erledigt. So, jetzt versuche ich mal nirgendswurringen zu stoßen. Ach, schade. Zu schade, ich sollte in Salto gehen und dann eigentlich hier auch vernünftig rüber. Na gut, man kann nicht alles haben. So, jetzt kann ich mal da rein. So, jetzt sind wir hier wieder. So, jetzt bin ich hier. So, jetzt bin ich da. So, jetzt bin ich da. so haben wir da mal die chance und die letzte Runde und die letzte Runde Oh, diesmal werde ich wieder versuchen nirgends vor Gang zu stoßen, aber es könnte durchaus passieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Na bytach. Sollte So, Tachziel Jo, das ist doch gut Fast Level 10 So, dann werden wir gleich noch eins fahren Oh, ich nehme das ja Nein, wir schlossen Oder so Spielen Natürlich machen wir das alleine Wir machen Oh, ich nehme das Ich fange nur dieses Auto, aber Nur, ich kann den nehmen Und, auf geht's So cool aus der Teil Gut gemacht Kann man nicht meckern Sehr schönes Design Okay, ich wollte schon sagen, hier geht's halt durch Genau Oh, ist das okay 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 Auf, trichet Auf, trichet Und jetzt zum Auto Okay Okay Okay, und wieder zum Schwarzflugzeug. 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 Ist das wieder gut. Als Auto. Okay, wieder zum Schwarzflugzeug. Und wieder zum Schwarzflugzeug. Und wieder zum Schwarzflugzeug. Okay. Oh, dann ist. Und wieder zum Schwarzflugzeug. 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 Auch schon wieder was Neues. So, wie immer. Und wieder zum Schwarzflugzeug. Okay. Ach, okay. Passt. So. Auf ins Vergnügen. Und wieder zum Schwarzflugzeug. Start mit einem Jetski. Okay. 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 Ah, okay. Wollte schon sagen, ein Jetski hier fahren, geht ja nicht. Und wieder zum Schwarzflugzeug. Und wieder zum Schwarzflugzeug. Und wieder zum Schwarzflugzeug. Okay. Jetzt darf ich den Rammwagen testen. Oh, schau mal. So wird das nix. Oh, schwarzflugzeug. Oh, schwarzflugzeug. Oh, war voll gerettiert, oha, ist doch klar, dass man hier nicht lang kann. So nachts hier geht es schon rum, aber es geht geradeaus. So sind sie, die Überraschungen. Okay, jetzt sehr lang. Jetzt meinen Sie, dass ich den hier mache, gut. Ich fliege schon gerne so schräg, aber okay. Wenn die das so brennen, sollen die das so kriegen. Oh, dann wird das zum Setz gehen. Okay. Ich stelle hier eigentlich einfach einen Container an. Ich versenke mir im Wasser noch einer. Okay. Jetzt Hubschrauber an der Rand. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Aber auch das geht Noch eine Runde an der Wand und die 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 Runde an der Wand ... ... Soll ich mir vielleicht mal zu kaufen? Irgendwann. Das heißt, wenn das kloppen sollte. Das heißt, wenn das kloppen sollte. Oh, das ist mal nicht nach links. So, das ist ja der seitliche Steilflug. Oder den seitlichen Steilflug. Ja, ich flieg gleich in die Richtung. So. Schade, das ist mal nicht. So. 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 So, das geht. wieder zum helikopter haben wir noch wieder zum helikopter Untertitelung des ZDF, 2020 Und wieder schneller durchfliegen Und wieder schneller durchfliegen Und wieder schneller durchfliegen So, dann werde ich mich schon mal verabschieden Diesmal schon von hier aus Ich werde dann in der nächsten Folge gleich wieder hier drin sein Bis dann, ciao